So, wir sind wieder in Ark und ich werde jetzt einfach mal mit dem Vogel nach Dünenheim fliegen. Schreitet wohl! Sicher doch! Dünenheim bitte! Wo bist du? Da bist du! Will ich euch bringen? Und von da aus versuchen, zu dieser Stadt zu kommen. Ich glaube, das ist eine bessere Möglichkeit. Als jetzt unsere anderen Sachen. Naja. Ist das Ding sauer? Ja! Ist das Ding sauer? Ja! Ist das Ding sauer? Warte mal, wir sind jetzt hier, ne? Wir müssen jetzt irgendwie da weiter. Wir haben hier so eine dicke Wüstenwand. Ich weiß nicht, laufen wir hier innen oder? Ich versuche nochmal zu schwimmen. Mal gucken, ob das klappt. Wir laufen gerade nach Dünenheim, glaube ich, ein. Wir marschieren in Dünenheim ein. Ne. Na. Na doch. Wir müssten einmal um diese komische Felskugel da rum. Da hinten war auch... Da hinten ist diese eine Insel, die wir gesehen haben. Wo die Geschwister drauf waren. Die alten Geschwister. Ja, guck mal einer an. Hier sieht schon alles... Um einiges... Freund... Na ja, nicht so ganz freundlich, aber freundlicher aus. Mit der einzigen Ausnahme, dass hier... So ein paar komische Typen rumlaufen. Tun. Tun. Ein paar Gifte. Was ist hier denn passiert? Naja. Äh, Karte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... ins Inland weg vom Wasser vom salzigen Wasser das ist nicht so geil Silberstahlboden ja komm wir haben noch genügend Traklas da können wir auch sowas mitnehmen sperrte leere Ohren was denn hier schon wieder passiert wie gesagt wieder meine Framerate goodbye sieht schon sehr interessant aus hier aber ich möchte nicht wissen gestern habe ich noch wie sich Fässer am Stand irgendwo im Tümmel gebracht hat da geht's raus haben wir hier noch was in den sieht schön hier aus mit Ausnahme von den beiden dicken Teilen da die mitten jetzt habe ich Meditation eingestellt hallo hallo so ab weiter ins Land können wir auch können wir auch nicht vielleicht was ist das denn was wir hier überall nicht weiter können haben wir ja wo auf eine an wir auf und 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 Wieso musst du mich so anfallen? Oh! Das ist nicht so geil gewesen. Verdammt nochmal. Okay. Ich kämpfe mal einfach nicht gegen die Typen. Sondern... Ich werde einfach wieder außenrum schwimmen. Ich werde mal gucken, ob ich von außen wieder drankomme. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Ich schalte gleich wieder dazu. Okay. Wow. Ich sag jetzt nicht, dass wir hier wieder so eine Wand haben. Wo wir nicht vorbeikommen. Ja. Es gibt es doch nicht. Boah. Ich bin gleich wieder da. Jo. Ich würde sagen... Ich muss nochmal neu laden. Sieht etwas zu schräg aus. Oh, gut. Ah, super. Scheiße. Ähm, ja. Ich melde mich, wenn ich einen Weg da rein gefunden habe. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Und, äh, hab nochmal neu eingeschaltet. So. Focus. Give me that focus. Oh, shit. Ähm, ja. Gleich in der Funke. Raubkatzenfeld, Raubkatzenfeld. Der Typ ist leer. Sterling-Same. Äh, ist ein Schwerer-Same-Same. Ähm, ja. So, jetzt haben wir hier aber alles. Jetzt können wir hier auch Bergbau betreiben. Hopp, ich mal. Ja, da ist unser schöner Feuerelement her. Ich speichere hier nochmal kurzzeitig. Wenn die das Speichern erlauben würden. Das hackt immer so ein bisschen. Das finde ich ziemlich komisch. Was sind das? Sind das Öfen? Keine Ahnung. Das ist... Oh, shit. Runenschwert. Boah. Was ist hier los? Speichern. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was ist denn jetzt los?